Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpander. Schön, dass ihr da seid. Mein Ziel ist es immer, dass ihr ein bisschen was lernt und bei dieser Serie Road2FM stelle ich meine eigenen Partien, die ich gespielt habe vor, zeige euch meine Gedankengänge, meine Ideen, meine Züge, die ich gesehen habe, meine Pläne und auch wie ich mich dabei gefühlt habe und vielleicht könnt ihr dadurch ein bisschen lernen, wie andere Spieler in Partien denken. Viel Spaß damit! Die Partie ist aus einem Vereinsturnier, Vereinspokal, Halbfinale gegen einen Mannschaftskollegen, der etwas über 2000 DWZ hat. Streng genommen ist das nicht Teil von Road2FM, denn der FM, der erfordert eine ELO-Zahl und eine ELO-Zahl, die kriegt man nur oder da verbessert man sich nur, wenn man ein Turnier oder ein Spiel spielt, was ELO ausgewertet wird und das werden nicht so viele. Und so ist zum Beispiel auch diese Vereinsmeisterschaft oder dieser Vereinspokal nur DWZ ausgewertet. Trotzdem gehört das mit zu meiner Reise, denn es ist eine Partie von mir und hat natürlich mit meiner schachlichen Entwicklung zu tun und deswegen schauen wir uns mal an, was da passiert ist. Ich habe E4 gespielt, C5 und ich war froh, ich konnte endlich meinen Mora Gambit spielen. Das war jetzt das dritte Mal überhaupt, dass ich es in der Langzeitpartie gespielt habe. Bisher hauptsächlich im Internet und das ist natürlich immer spannend, um zu sehen, nimmt der Gegner es denn an oder welche Variante kriege ich? Und ich war erstmal froh, dass mein Gegner es angenommen hat. Mora Gambit, habe ich auch Videos drüber gemacht, kann ich, umso weiter unten man spielt, umso interessanter ist es eigentlich, weil umso höher man kommt, wie in den Bereichen, wo ich jetzt bin, bei 2200, 2300 oder gegen noch stärkere Gegner, die können das als Schwarze einfach sehr gut verteidigen. Und da ist es als Weißer sehr, sehr schwierig nachzuweisen, dass man was hat für den Bauern. Da muss man schon sehr genau spielen und das werden wir auch in dieser Partie sehen. Das ist erstmal relativ normal und hier gibt es jetzt ganz viele verschiedene Varianten für Schwarze. Er kann A6 spielen und B5, er kann auch D6 spielen und, und, und. Mein Gegner entscheidet sich hier für Läufer B4 und ich habe hier so ein Mora-Buch, die kleinen, ich nenne sie mal die Mora-Bibel. Es gibt halt auch nicht so viele Bücher vom Mora-Gambit. Das ist eins, Mayhem in the Mora, jeder, der das Mora-Gambit spielt. Für den ist das sicherlich ein interessantes Buch. Geschrieben von einem EM, Assaman, der, ja, das, äh, noch spielt, das Ganze. Es gibt nicht mehr viele Leute, die das Mora-Gambit überhaupt, oder zumindest es gespielt hat, auf fast höchster Ebene. Und da habe ich mich jetzt versucht zu erinnern und, äh, hier war ich mir noch relativ sicher, dass die Rochade kommt. Und jetzt ist der beste Zug wahrscheinlich für Schwarz, hier erstmal noch Springer i7 zu spielen und er später zu tauschen. Nach Springer i7 würde ich jetzt auch da mit C2 spielen, um diesen Tausch so ein bisschen zu verhindern. Mein Gegner tauscht jetzt hier. Das hat natürlich eine gewisse Konsequenz, diesen Springer abzutauschen. Denn, als Angreifer möchte ich natürlich, äh, möglichst viele Figuren auf dem Brett lassen. Und gerade dieser Springer ist einer der wichtigen, ein wichtiger Springer am Mora-Gambit, denn der opfert sich hier gerne auf D5. Der ist jetzt weg. Allerdings hat Schwarz dafür auch etwas aufgegeben. Und ihr könnt ja zwar mal, ähm, das Video anhalten und versuchen herauszufinden, was Schwarz denn aufgegeben hat. Oft, fast immer ist es im Schach so, ähm, jeder Zug hat immer auf zwei Seiten der Medaille. Ja, auf gewissen Vorteilen stehen gewisse Nachteile entgegen. Und oft ist es zu sehen, ist es halt wichtig, dass aus, jeder spielt dann auf seine Punkte. Und, ähm, mit diesem Tausch auf C3 hat Schwarz jetzt eben auch, ähm, mir ein paar Vorteile an die Hand gegeben. Und auf die muss ich jetzt setzen. Haltet mal das Video an und versucht, ähm, mal darüber nachzudenken. Ich verrate's euch. Er hat seinen schwarz-fältigen Läufer aufgegeben. Und er hat jetzt hier so ein bisschen ein paar schwarz-fältige, äh, Schwächen. Insbesondere dieses Feld. Und das war auch das, woran ich mich jetzt erinnert habe an diesem Buch. Ähm, das ist ja, wie gesagt, beim Mora-Gambit sehr wichtig auf höherer Ebene, dass man das relativ genau spielt und da den genauen Plan spielt. Wenn ich mich jetzt hier einfach nur entwickle, dann entwickelt sich schwarz auch und hat einfach nur ein Bauernmeer. Das ist ein Anlass als im Königs-Gambit. Im Königs-Gambit oder irgendwo anderen Gambits, wo ich Linien aufreiße, den König schwäche, Angriff bekomme, da habe ich längerfristige Kompensation. Hier im Mora-Gambit ist es tatsächlich so, da schwarz hier, ähm, super solide steht, kann das ganz schnell vorbei sein mit der Kompensation. Man muss hier den richtigen Plan wählen. Und mir fiel noch ein, dass der, ähm, Essermann hier, der Mark Essermann in seinem Buch gesagt hat, äh, hier die 6-Felder-Blockade und dann, das war auch alles. Das war meine Erinnerung, wo ich jetzt wusste, wie es weitergeht. Und deswegen kam jetzt Läufer A3, kurzer Hochhade und Läufer D6. Dachte ich mir, das muss dann ja logisch sein. Und wenn man sich jetzt mal die Stellung anschaut, dann ist das für schwarz tatsächlich so ein bisschen unangenehm. Ja, der Läufer hier steht super, der kann nicht vertrieben werden. Und, äh, der hindert insbesondere schwarz daran, diesen D-Bauern vorzuziehen und auch seinen Läufer zu entwickeln. Und der Springer ist gefesselt. Er steht halt allgemein so ein bisschen hinten drin. Aber er hat natürlich einen Bauernmeer. Jetzt kommt F6. Ja, und jetzt, ähm, ich dachte die ganze Zeit, die Dame möchte gleich hier raus. Und habe jetzt erstmal Dame E2 gespielt. Jetzt kommt so die erste Stelle, die für mich jetzt in der Analyse auch interessant ist. Der Computer sagt jetzt, dass der Zug hier, und nach diesem Tausch, dass das schon richtig, richtig, richtig gutes verweist. Das zeigt ja schon bis schnell Richtung zwei Bauern-Einheiten plus an, bei einem Minus-Bauern. Ohne, dass man jetzt die direkten Angriff hat. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Punkt, den ich jetzt für mich in der Analyse mitnehme und wo ich euch auch eben, ähm, als Tipp mitgeben kann, ähm, wie man sich im Schach verbessern kann. Ich habe das in der Partie und ich verstehe das jetzt auch noch nicht so richtig. Ich verstehe nicht, warum diese Stellung so viel klar besser ist, als die andere Stellung. Ohne den Springer-Tausch ist es normal, relativ ausgeglichen. Und jetzt soll es auf einmal klar besser sein für Weiß. Und mir ist es nicht ganz klar, also klar, der Bauer gibt mehr Zentrumskontrolle, gesundere Bauernstruktur, aber das sind natürlich eher so, ähm, grobe Faktoren. Der Computer wird da konkrete Gründe haben. Und zu versuchen nachzuvollziehen, warum in irgendeiner Stellung ein Zug, jetzt nicht taktisch, sondern scheinbar ja positionell auch längerfristig, deutlich besser ist als ein anderer, wenn man das in der Partie nicht verstanden hat, der Computer einem das aber zeigt, das kann einem helfen, sich darüber Gedanken zu machen. Man findet nicht immer die Lösung, aber manchmal wird dann vielleicht ein bisschen was klar. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich jetzt für mich mitnehme, sage ich, ähm, okay, interessant, ähm, das müsste ich jetzt mal, äh, versuchen nachzuvollziehen. Man kann dann so ein bisschen die Computervarianten durchklicken und gucken, was so passiert. Und manchmal wird einem das dann klarer. Wenn dann, äh, der Computer immer einen gewissen Plan spielt, dann sagt man, ah, okay, das hat er ja vor, jetzt verstehe ich diesen Zug. Mir ist es hier nicht so ganz, äh, klar geworden. Aber, naja, gut, klar, man hat die Zentrumskontrolle, der Springer ist weg, dadurch ist diese Fesselung noch unangenehmer. Aber Schwarz wird einfach, man kriegt die C-Linie noch auf, die vielleicht noch interessant werden kann. Ähm, Schwarz wird wahrscheinlich einfach noch mehr eingeengt und wird echt Probleme haben, da hinten rauszukommen. Okay, ich habe Dame E2 gespielt. Es kam Dame G6. Der Computer will immer noch Springer D4 spielen. Ich wollte allerdings nicht, dass die Dame hier rauskommt. Ich wollte Schwarz komplett hinten drin lassen und habe deswegen Springer H4 gespielt. Normalerweise zieht man ja einen Springer nicht an den Rand, aber hier ist das nicht schlimm. Der kann ja nicht, weil wenn jetzt Schwarz G5 spielt, das will er sich nicht, sich hier so schwächen. Und außerdem drohe ich jetzt ja, auch so, habe zumindest eine kleine Idee mit Springer H4 verbunden. Der Springer soll nach F5 gehen. Dieser Bauer ist gefesselt und da würde er sicherlich gut stehen. Und weil mein Gegner davor Angst hatte, vielleicht auch zu Recht, hat er hier König K8 gespielt, um den aus dem Weg zu gehen. Ja, und jetzt der nächste Zug war für mich ganz logisch. Ihr könnt ja mal das Video anhalten und überlegen, was ihr hier als Weißer spielen würdet. Mir war sofort klar, was ich hier spiele. Wenn ich schon Springer H4 gespielt habe, habe ich natürlich die perfekte Chance, jetzt auch meinen F-Bauern freigemacht und spiele F4. Der hilft zum Beispiel, dieses Feld zu kontrollieren, weil irgendwann könnte der Springer mal nervig hier nach E5 kommen. Verhindert nochmal G50 und es gibt auch immer Optionen für so eine Turm-Geschichte. Mein Gegner spielt B6, entwickelt seinen Läufer und jetzt findet der Computer wieder einen sehr interessanten Zug. Habe ich nur so, ja so grob drüber nachgedacht und zwar Turm F3. Warum ich den eigentlich nicht ziehen wollte, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass dann Dame H5 geht. Weil jetzt steht halt der Turm hier in dieser Linie. Der Computer sagt, kein Problem, man spielt Dame F2, deckt seinen Springer und dann kriegt man den Turm dahin. Habe ich mir, über Dame F2 habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich habe jetzt einfach gesagt, Dame E2, okay, Turm F3 will ich nicht, weil die Dame nach A5 kommt. Wenn die Dame nicht nach A5 kommt, wenn Schwarz zum Beispiel sowas spielt, dann kommt schon Turm H3 und dann wird es schon richtig gefährlich. Ihr könnt ja mal das Video anhalten, was jetzt das Problem von Schwarz ist. Ja, es gibt taktische Probleme, haltet das Video an. Und ich verrate es euch, das taktische Problem ist jetzt hier natürlich in der Haar, ist jetzt sowas, wenn die Dame hier wieder nimmt, kommt Springer G6 Schach mit Gabel und der Habauer ist gefesselt. Und ja, so eine ähnlichen Sachen habe ich auch gesehen, das werden wir in der Partie sehen. Aber ich dachte mir jetzt einfach erstmal, ich entwickle noch meine letzte Figur, bringe die noch ins Spiel. Der wird vielleicht später mal auf D7 Möglichkeiten haben. Und ich habe auch so ein bisschen darauf gewartet, ehrlich gesagt, dass jetzt Läufer B7 kommt, dass der weg ist von dieser Diagonalen, weil ich jetzt F5 spielen wollte. Ich dachte mir, jetzt sind alle meine Figuren fertig, alle bereit für den Angriff. Jetzt muss ich hier was aufmachen und F5 hat verschiedene Ideen. Er soll vielleicht F und E Linie aufmachen, er soll diese Diagonale für den Läufer aufmachen und irgendwann Springer G6 hatte ich jetzt auch schon im Kopf so Matt Motive. Es hat auch einen Nachteil und ihr könnt ja gerne mal auch hier das Video wieder anhalten. Wie vorhin schon erwähnt, haben fast die meisten Züge auch Nachteile, nicht nur immer Vorteile, sondern auch Nachteile. Und der Zug hat einen Nachteil und ich konnte euch immer darüber Gedanken machen, über diesen Nachteil. Und dann auch ein schwarzen, daraus ergibt sich dann auch der schwarze Zug, den man hier hätte wahrscheinlich spielen sollen. Der Nachteil dieses Zuges, ich habe eben gesagt, F4 soll auch mal diesen Springerzug verhindern. Er macht jetzt dieses Springerfeld wieder frei und Springer E5 wäre jetzt durchaus eine Idee gewesen. Ich dachte, ich spiele dann einfach Läufer B3, ich lasse das alles so stehen und Schwarz kriegt dann irgendwie hier so taktische Probleme. Es wird sehr gefährlich, was ich nicht gesehen habe, was wir wahrscheinlich beide auch nicht gesehen haben. Ist auch wieder sehr tief versteckt. A5, ich dachte immer A5 kommt mit der Idee A4 zu spielen, aber die Idee, die Schwarz dann immer hat, ist hier aufzuspießen. Und dass das tatsächlich schon relativ gut ist, wenn man hier, also es ist für Schwarz noch alles okay. Man kann diese Stellung irgendwie so spielen, aber das ist natürlich jetzt sehr konkret. Das ist die einzige Variante, die aber noch halbwegs für Schwarz laut Computer funktioniert. Aber praktisch finde ich das weiterhin unangenehm für Schwarz. Mein Gegner, aber es wäre das Beste gewesen, es wäre tatsächlich noch das Einzige gewesen. Mittlerweile stehe ich hier schon richtig gut. Meine Figuren stehen alle gut und sind alle im Angriff beteiligt. Mein Gegner hat jetzt einen passiven Zug gespielt. Springer D8 verteidigt E6, möchte nach F7 und jetzt seid ihr dran. Weiß am Zug und der nächste Zug, der war mir relativ schnell klar und den habe ich auch relativ schnell gezogen. Eigentlich, dass das hier der Richtige sein muss. Das muss finden, war mir sofort klar. Ein, zwei Varianten habe ich auch berechnet. Haltet das Video an und versucht mal herauszufinden, welches hier der beste weiße Zug ist. Von meiner Logik her, wenn Schwarz so einen passiven Zug macht, dann möchte ich noch mehr angreifen. Ich möchte noch mehr aufmachen, weil dieser Zug, der steht natürlich seinen ganzen Figuren hier im Weg. Und meine Figuren, wie gesagt, die stehen hier alle gut. Was ich eigentlich noch brauche, ist noch ein bisschen mehr öffnen in der Stellung. Gerade mit meinem Läuferpaar und den Schwerfiguren in der Mitte. Also will ich die Stellung öffnen und deswegen war für mich auch klar, ich spiele hier E5. Und E5 hatte auch tatsächlich eine taktische Idee. Und das möchte ich euch jetzt nämlich hier mal zeigen. Haltet mal, vielleicht habt ihr ja auch vorher schon darüber nachgedacht, aber haltet mal das Video an und versucht mal eine taktische Idee zu finden für weiß. Es gibt hier eine sehr interessante taktische Idee für weiß. Und wenn ihr möchtet, versucht das auch mal wirklich zu berechnen. Ja, das ist jetzt der schwierige Teil. Die Idee ist das eine, die Berechnung ist das andere. Und ich habe nämlich noch eine interessante, also ich habe hier was gefunden, wo ich erst dachte, das gewinnt. Ich hätte es fast gespielt. Ich habe dann eine interessante Verteidigungsressource gewonnen für Schwarz. Worüber rede ich? Wenn ihr es nicht gefunden habt, die Idee ist jetzt, hier zu nehmen, und das ist jetzt ein ganz typisches Mat-Motiv, hier so ein Mat-Motiv aufzubauen. Und Schwarz kommt da hinten überhaupt nicht raus auf der Grundreihe, aber ich habe dann in der Vorausberechnung auf einmal gesehen, dass auf einmal Dame C5 Schach geht. Und jetzt ist ja schon Dame H5 blockiert. Allerdings muss Schwarz aufpassen, wenn er den macht. Jetzt seid ihr am Zug. Wir wollen Dame H5 spielen und Mat setzen. Weiß am Zug, taktischer Zug. Wie gewinnt man hier? Ich verrate es euch. Man zieht einfach irgendwas dazwischen. Man kann Turben D5, Läufer D5. Man sieht, man kann hier alle Figuren tatsächlich. Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich Turben D5 gezogen. Verstellung. Man verstellt die Dame und wenn der Bauer hier nimmt, Dame H5, Dame H7 sofort Mat. Deswegen hätte jetzt Schwarz in dieser Stellung Dame C5 spielen müssen, aber Dame G5. Und sowas ähnliches hatte ich auch gesehen und dann dachte, das reicht. Das reicht für Schwarz, die hat Schwarz gewonnen, hat einfach die Mehrfigur. Dame C5, eine interessante Verteidigungsressource. Sowas ist manchmal schwer zu sehen, weil man so im Angriffsmodus ist. Und ja, da spielt ihr mir jetzt auch E5 in die Karten. Weil Schwarz hat jetzt, also wenn ihr jetzt Schwarz zum Beispiel hier nehmt, dann nehmt ich einfach da. Dann geht hier die F-Linie auf. Das wird die E-Linie auf und ihr seht, überall kommen jetzt meine Figuren und der E7 hängt. Das geht hier alles nicht. Wenn Schwarz hier mit dem Springer nimmt und die Qualität wieder nimmt, so, so und dann schaut mal alle meine Figuren. Ich habe jetzt die Qualität gewonnen und alle meine Figuren sind immer noch aktiv. Das liegt vor allem auch an diesem Springer, ja. Dieser Springer ist jetzt leider sehr passiv in diesen Varianten. Schwarz nimmt jetzt hier und ja, jetzt seid ihr dran. Es gibt jetzt, was macht Weiß jetzt? Es gibt jetzt tatsächlich zwei Ideen. Eine offensichtliche und eine, ja, es hat sich jetzt was geändert an der Situation. Ihr seid dran. Was macht Weiß. Der Computer sagt, noch ein bisschen besser als mein Zug ist es hier zu nehmen, aber das hatte ich halt gar nicht vor. Denn ich dachte jetzt mit E5, wunderbar, das ist hier verstellt. Ich habe jetzt hier genommen und habe jetzt Springer G6 gespielt. Und jetzt geht Dame zu E5 zwar auch, aber es deckt H5 nicht mehr. Und ich habe noch einen weiteren Vorteil. Die F-Linie ist auf. Es drohen immer Mats auf F8, Grundrein Mats, sobald die Dame weg ist. Und diese Stellung ist jetzt, diese Kombination gewinnt tatsächlich, ja. Das habe ich jetzt in der T, das habe ich richtig, ja, ich will sagen, eigentlich fast richtig berechnet. Ich habe tatsächlich einen Verteidigungszug übersehen. Ich habe einen Verteidigungszug übersehen, den werden wir gleich sehen in der Partie. Es ging dann, Gott sei Dank, aber tatsächlich war das ein kleiner Rechenfehler. Ich habe eine Verteidigungsoption von Schwarz übersehen und ihr kennt das vielleicht. Ihr spielt einen Angriff und alles gewinnt und es gibt halt einen Verteidigungszug. Und wenn ihr den überseht und der Gegner sieht den und der hält, dann ist es einfach vorbei. Dann funktioniert euer Opfer nicht. Da gibt es keine halben Angriffe, die funktionieren. Er funktioniert halb, weil ein Zug funktioniert und der andere nicht. Nein, entweder funktionieren alle Varianten oder wenn eine nicht funktioniert, dann funktioniert halt der ganze Angriff nicht. Und deswegen muss man natürlich sich immer nach Verteidigungsoptionen umschauen. Und diese Stellung ist nicht, sie ist relativ, der Angriff ist halt relativ klar, der ist relativ schnell. Da mal 5, deswegen ist es hier relativ gut zu berechnen. Das Beste für Schwarz wäre es jetzt gewesen, hier mit Springer F7 seinen Springer zu geben. Ich nehme den, er nimmt ja wieder, ich spiele jetzt wieder Schach. Der König geht nach da und tatsächlich kann ich jetzt nämlich, schaut mal, jetzt kommt tatsächlich mein Turm. Ich habe schon geahnt, dass er irgendwann auf D7 sinnvoll stehen wird und hier würde er jetzt Material gewinnen. Und das wäre aber tatsächlich noch das Beste für Schwarz und das wäre sogar ohne diesen Turm auf D1 wahrscheinlich ausreichend. Und die Figur zurückzugeben und man wird nicht mehr matt. Die andere Variante, die nach dem aber natürlich auch geht, ist Turm schlägt F7. Und dann dachte ich, wenn der Turm jetzt hier nimmt, dann setze ich immer noch matt auf H8. Also Dame H5, Dame H7 und Dame H8 matt. Allerdings muss der König gar nicht wieder nehmen, sondern kann Dame H5 spielen. Und dann ist es, ja, ich stehe dann immer noch besser, wenn ich den hier nehme, beziehungsweise sollte ich den so rumnehmen. Aber es ist schon längst nicht mehr klar. Schwarz kriegt auch Gegenspiel, meine Grundreihe wird schwach. Und der Computer sagt zwar, dass er noch gewonnen, aber ich dachte ja, ich setze matt. Und das war tatsächlich auch eine Variante, die ich nicht gesehen habe. Also ich habe gesehen, dass ich den mit dem Turm nehmen kann. Aber ich dachte, der muss wieder nehmen, dass er einfach Dame H5 spielen kann. Ist mir auch so ein bisschen entgangen. Aber meinem Gegner auch. Also das war hier wirklich diese Taktiken, auch wenn man sagt, man übersieht was. Aber hier gibt es halt viele Varianten. Und es gibt manchmal Züge, die nicht so intuitiv sind. Mein Gegner hat jetzt aber noch eine andere Verteidigung gefunden. Dame C5 Schach. König geht weg. Und jetzt König G8. Gut, was kommt? Ich halte das Video mal an wieder. Oder ihr haltet das Video an. Was sieht, weiß, es gibt noch einen Zug. Ich verrate es euch. Wir müssen matt setzen. Also wir müssen da mal 5 spielen. Und jetzt kommt aber die Verteidigungsidee des Ganzen. Und zwar Turm F2. Der ist hochinteressant, dieser Zug. Weil er sich dem König eine Fluchtroute macht. Und Gegendrohungen aufbaut. Auf einmal gibt es hier eine Gegendrohung auf G2. Und ihr könnt ja mal das Video anhalten und versuchen, Varianten zu finden. Könnt ihr mal versuchen, das jetzt ein bisschen durchzu... Weil das war jetzt auch meine Aufgabe am Brett. Turm F2 zu beantworten. Wie gesagt, ich habe ihn tatsächlich jetzt hier gesehen. Ich habe ihn jetzt hier gesehen, dass noch Dame A5 auf einmal Turm F2 geht. Ich hatte andere Züge mir vorher schon überlegt, dass die nicht so gut sind. Wenn der Turm zum Beispiel nach hier geht oder so, dann kann ich hier das Schach geben. Kann hier tauschen. Kann hier unten sogar das Schach geben. König E7. Kann hier das Schach geben. Und ihr seht, jetzt wird das matt. Der Springer muss dazwischen. So. Und jetzt kann ich hier irgendwie matt setzen. So in ähnlichen Varianten hatte ich auf jeden Fall gesehen, dass wenn der Turm irgendwo in der F-Linie hingeht, dass es kein Problem ist für mich. Aber F2 ist halt von daher ein Problem, weil es da Gegendrohungen gibt. Okay. Aber es gibt jetzt verschiedene Varianten, die immer noch gewinnen für Weiß. Und ich zeige euch mal. Es gibt zwei Varianten, die hier noch gewinnen für Weiß. Man muss dieses Schach geben. Man kann auch erst tauschen, aber das ist deutlich unklarer. Dieses Schach geben. Man gibt dieses Schach. Und jetzt gibt es zwei Varianten tatsächlich. Und was ich jetzt nicht gesehen habe, diese Variante gewinnt auch. Es ist auch nicht ganz einfach, weil jetzt kommt Springer F7. Und der ist ja gedeckt durch den Bauern. Das heißt, ich kann jetzt nicht hier nehmen, weil dann kommt Läufer G2 Schach. Und jetzt muss, wenn man jetzt meinen König weggeht, dann gibt es jetzt einfach so einen Abzug Schach. Und es wird gleich matt, ne? Beziehungsweise Moment, ich gehe lieber nach... Weil jetzt geht noch Turm D4 Schach. Ich könnte mich noch dazwischen stellen. Deswegen deutlich geschickter hier hingehen. Es gibt keine Verstellung mehr. Alles ist gedeckt. Es muss der Turm hin kommen und dann ist es matt. Das heißt, ich werde selbst matt in dieser Variante. Das kann ich mir nicht erlauben. Also müsste ich jetzt hier den Turm tauschen. Und was ich nur gesehen habe, ist, dass man jetzt die Damen tauscht. Aber jetzt ist ein Unterschied. Eben in der Variante hatte man hier genommen und so. Und hier haben wir Material gewonnen. Das muss Schwarz jetzt aber nicht machen. Er muss diesen Bauern nicht nehmen. Er kann jetzt D5 spielen. Und wenn wir jetzt mal durchzählen. Schwarz wird gleich diesen Bauern gewinnen. Und dann hat er einfach Material mehr. Dann hat er einfach mindestens einen Bauern mehr. Und hat hier eine Zentrumsmasse. Hat hier einen Freibohrn. Auf einmal steht Schwarz klar besser. Das hatte ich gesehen. Und deswegen dachte ich, die Variante geht nicht. Was ich nicht, wie gesehen hatte, in der Tiefe wieder. War, dass wenn man den so rumnimmt, dass er auf einmal G2 gedeckt ist. Jetzt ist G2 gedeckt. Und jetzt droht man sich hier eine Dame zu holen mit Schach. Und deswegen ist jetzt die beste Variante für Schwarz hier, die Figur zu geben. Für zwei Bauern aber. Beziehungsweise wieder D5 zu spielen und danach den zu nehmen. Aber ich habe natürlich eine Figur mehr. Das ist natürlich dann gewonnen für Weiß. Tatsächlich dachte ich, es verliert. Weil ich nicht gesehen habe, dass man hier mit dem Bauern nehmen kann. Was auch interessant ist, ist der hier. Das hatte ich auch gesehen, dieses Damenopfer. Der Computer sagt, dass diese Stellung jetzt tatsächlich reicht für einen unentschieden. Man hat hier einen starken Freibohrn, der durchgeht. Man hat hier gefährlichen Läufer. Und tatsächlich sagt der Computer, der einzige Zug, der für Schwarz hier noch hält, ist hier zu nehmen. Moment, jetzt habe ich hier das Bild ein bisschen klein. Der Computer sagt, der einzige Zug ist hier zu nehmen. Und jetzt hier diesen Läufer zu nehmen. Und dann gibt es irgendwie gleich Dauerschach. Tatsächlich, wenn man gleich den Läufer nimmt, sagt der Computer, es verliert. Wegen diesem Schach. Und dann dem nehmen. Und der Computer sagt, diese Stellung ist für Weiß gewonnen. Hochinteressant. Man hat einen Turm gegen eine Dame. Aber er kommt wieder und sagt, man gewinnt. Weil es droht halt, es droht Grundreinmatt. Und man rennt ja mit seinen Bauern durch. Habe ich tatsächlich, diese Variante habe ich mir so ein bisschen überlegt. Dass dieses Damenopfer interessant wäre. Habe es dann aber nicht in der Tiefe berechnet. Sei es drum. Ich will euch nur zeigen, was da alles drin war. Was in so einer Partie drin ist. In so einer taktischen Partie. Es kommt am Ende eine Variante aufs Brett. In euren Köpfen. In meinem Kopf. In dieser Variante waren fünf Varianten. Und manchmal ist ja auch eine Variante dabei, die man interessanter findet. Wo man viel länger als eine eigentliche Variante rumrechnet. Weil man sie unbedingt zum Laufen kriegen will. Kennt ihr das? Man will das zum Laufen kriegen. Man hat das Gefühl, das ist die Variante. Die muss man spielen. Und irgendwie sieht man immer noch einen Verteidigungszug. Man hat das Gefühl, da muss mehr drin sein. Und man guckt und guckt und guckt. Und hier habe ich aber Gott sei Dank eine andere Variante gefunden. Und die ist auch nicht so einfach zu sehen. Und zwar der beste Zug hier. Und den habe ich jetzt auch gefunden. Den habe ich aber, wie gesagt, ich habe ihn in dieser Stellung jetzt schon gesehen. Und spätestens in dieser Stellung muss man das jetzt schon sehen in der Tiefe. Dame H4 geht. Doppelangriff. Auf Turm und König. Und jetzt kommt das große schwarze Problem. Wenn er den da zurückzieht. Kann ich den nehmen. Und jetzt reicht halt Dame H7. Obwohl ich jetzt eine Figur weniger habe weiterhin. Ist wieder mein Turm in der D-Liege. Es war tatsächlich eine, das muss ich sagen, eine sehr weise Entscheidung. Ich habe das taktisch tatsächlich schon geahnt. Ich habe ja schon über Springer G6 nachgedacht. Und ich habe tatsächlich da schon Varianten gesehen, wo es mal interessant sein könnte, auf D7 reinzukommen. Turm D1 war nicht nur einfach irgendein Einzug. Er hatte tatsächlich schon einen taktischen Hintergrund. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass es tatsächlich in all diesen Varianten hier immer der Turm ist, der am Ende entscheidet. Der König kommt jetzt nicht raus. Muss zum Beispiel nach hier gehen. Und jetzt ganz wichtig. Man kann auch hier nehmen jetzt mit Schach mit der Dame. Aber viel besser ist es einfach G7 zu spielen. Und jetzt gibt es ein Problem. G8 Dame und die schwarzen Figuren stehen alle so schlecht. Und insbesondere dieser Springer. Und deswegen hat mein Gegner jetzt hier in dieser Stellung D5 gespielt. Und ihr könnt ja mal das Video anhalten. Weiß jetzt, jetzt Matt in drei Zügen. Haltet das Video gerne an und versucht das Matt zu finden. Ich verrate es euch. Beziehungsweise ich verrate es euch nicht. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Matt in drei. Schreibt es in die Kommentare. Wie weiß hier Matt sitzt. Ich habe es jedenfalls gemacht und habe dann die Partie gewonnen. Ja, was war das Fazit? Es war mein erstes gewonnenes Moragambit. Mein erstes angenommenes Moragambit. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich musste in meinem Gedächtniskram. Und das ist schon mal ein Punkt, den ich auch mitnehme für mich. Das wusste ich ja schon vorher. Ich muss in dem Moragambit theoretisch besser werden. Ich muss wissen, was ich in welchen Varianten spiele. Das ist auf meinem Niveau wichtig. Auf eurem Niveau, wenn ihr das Moragambit spielt, werdet ihr sehen, dass es nicht ganz so wichtig ist. Weil die Gegner auch nicht die Verteidigung nicht so gut kennen. Aber auf meinem Niveau kennen die Gegner ihre Verteidigung sehr gut. Und da muss ich halt den entsprechenden Angriffsplan auch kennen. Und der ist halt unterschiedlich für jede Verteidigung. Und wenn ich ihn nicht kenne, stehe ich halt schnell mit irgendwas weniger da. Und deswegen weiß ich, da muss ich ein bisschen arbeiten, wenn ich das Moragambit weiter spielen möchte. Was nehme ich noch mit? Das ist immer jetzt das Entscheidende. Man muss was mitnehmen aus seinen Partien. Ich habe zwar gewonnen und habe eine gute Angriffspartie gespielt, aber man muss was mitnehmen. Ich habe gemerkt, ich sollte wieder mehr Taktiktraining machen. Denn auch wenn ich viel gesehen habe, in den tieferen Taktiken habe ich Sachen nicht gesehen. Und deswegen sollte ich auch schwierigeres Taktiktraining machen. Tieferes Taktiktraining, um da noch besser reinzukommen und auch diese tiefen Sachen zu sehen. Weil ich kann das sehen. Ich weiß, dass ich es sehen kann, dass ich taktisch dazu in der Lage bin. Aber wenn man taktisch, ja, wenn man da gerade nicht so viel trainiert und nicht so Training und der Kopf da nicht so drin ist, passiert eben genau das, dass man dann immer mal einen Zug zu wenig reinguckt oder da was übersieht in der Tiefe. Und das kann natürlich das Problem, das kann zwischen Verlust und Sieg den Unterschied machen. Genau diese Tiefe. Ansonsten, ja, fand ich, das war eine sehr gute Partie von mir. Ich habe sehr gut Druck gemacht, habe E5 im richtigen Moment gespielt. Springer D8 war tatsächlich ein, ja, es hat gereicht. Springer D8 war schon fast der entscheidende Fehler. Und ihr habt es ja gesehen, dieser Springer in allen Varianten am Ende steht ja immer verkehrt und sorgt eigentlich dafür, dass Schwarz ein Problem bekommt. Und dieses taktische Motiv, was ich schon früh gesehen hatte mit Springer D6, funktioniert dann auf einmal. Und ich bin auch stolz, dass ich das gesehen habe mit E5, mit dieser Verstellung. Ja, dass es jetzt noch nicht geht, dass ich erst E5 vorbereiten muss. Und deswegen bin ich da hoch zufrieden mit der Partie und nehme aber, wie gesagt, trotzdem diese Punkte mit zum Verbessern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und euch hat die Partie Spaß gemacht. Lasst gerne einen Kommentar da, da würde ich mich immer riesig freuen. Ich freue mich über jeden von euch, der meine Videos schaut und mich unterstützt. Aber so ein Kommentar ist immer nochmal was Besonderes, freue ich mich immer riesig drüber. Ansonsten hoffe ich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.